Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Xenoblade Chronicles 3, die erlöste Zukunft. Ihr könnt alle mal High YouTube sagen, damit die sich nicht so alleine fühlen. Und ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Xenoblade 3 war ganz cool, mochte ich tatsächlich ganz gerne. Die Xeno-Serie generell war ganz cool, mochte ich ganz gerne. Ich habe letztes Jahr erst Xenogaz durchgespielt und das war ganz cool, das mochte ich ganz gerne. Und das muss ich auch irgendwann nochmal streamen eigentlich, weil das ist so ein Spiel, das muss man eigentlich auch erlebt haben. Das ist so JRPG-History. Das muss man gesehen und erlebt und gefühlt haben, weil das eigentlich echt gut ist. Aber zuerst tun wir uns den DLC zu Xenoblade 3 an. Ich habe außer dem Trailer noch nichts davon irgendwie gesehen. Ich glaube, ich wurde nicht gespoilert tatsächlich. Ich gehe da komplett ohne Wissen rein und ja, ich bin gespannt, was da kommt. Kleine Spoiler-Warnung vorweg, wenn ihr Xenoblade 3 noch nicht gespielt habt, dann spielt das, schaut es euch an, holt euch die Story, die es irgendwie zu holen gibt. Weil dieses Ding ist halt quasi das Ende der Xenoblade Chronicles Trilogie und spoilert halt heftig Teil 1, 2 und 3. Entsprechend wäre es ganz praktisch, wenn man hier jetzt nicht ohne Vorwissen reingeht. Ansonsten würde ich sagen, ich drücke einen beliebigen Knopf, ich starte ein neues Spiel und los geht's. Ansonsten würde ich sagen, ich drücke euch an, holt euch an, holt euch an, holt euch an. Ansonsten! 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 Is das wirklich was du willst? Albis! Drop it, Chulk! Nothing's gonna get through to him! He's a heartless machine! We have to try! Fascinating. Is this how badly you wish to erase us? My god. Damn, okay. Fängt schon mit sehr vielen Implikationen an. I don't know. Tough build, so-and-so. Can't even seem to break it. I told you we should have left alone. But you had to stick your oar in, didn't you? Wow, sie ist so cool und mysteriös. Sie ist einfach genauso wie ich. Okay. Aha, 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 aha. Ich glaube, das funktioniert genauso wie... Xenoblade 3, oder? Nice. Nice. Haha. Okay, okay. Gott, ich hab komplett vergessen, wie dieses Kampfsystem funktioniert. Haha, aha, aha, aha. Freak! These fists are fighting! Good, Racky. Gigantic speed! Nothing is the job done like a fair practice. Cool. What was that? What was that thing at the end? What thing at the end? You mean the Uroboros power? Nice touch, eh? What I'm asking is why you felt the need to use it at all. The Scrab was already falling apart. I mean, that was the last chance to, like, kapow, right? I had to make sure it's a good one. Leaves a bad taste, otherwise, the whole rest of the day. Mobius Trackit, you know. The Eoroboros power. You need to keep a lid on it, like I keep telling you. It was only a little whiff. All fine in the end. We won, so what's the damage? Less of the lectures. The word you should have used is fewer. Grammar matters. You did it again. Another day without any signals. Time to pack it in, then. Huh? After all our efforts, we've not met a single survivor from the city. Huh. You promised me back then, remember? That we'd find every last citizen. Well, I'm not stopping. I won't quit. Not until I've done just that. Let's move on. Tomorrow will be our lucky day. I can feel it. I can feel it. I like how the color scheme of the world fits perfectly in my room. The way I'm sure how the color scheme of the world fits perfectly in my room. Konnte man nicht irgendwie... Ah ne, ist okay. So, für Vision und Spitztechnik von A gilt folgendes. Negiert nach Einsatz temporäre Angriffe auf die Gruppe. Vision kann pro Grampf-Kampf nur begrenzt eingesetzt werden. Aha, aha, aha. Okay. Kann ich irgendwie zwischen den Charakteren wechseln? Ging das irgendwie? Nur. Mighty Strength. Revolt Uppercut. I won't believe I saw that yet. Oh, da. Okay, ZL und R. Ah. Ich habe nicht gesehen, dass da oben was war. Okay, sie hat dieselben Flüge wie Alvis. Das ist schon mal interessant. Ah, 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 ah. Okay. Aha, 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 aha. Es gibt sechs Arten von Harmonieaktion. Manche können im Kampf, andere unterwegs erfüllt werden. Aha, 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 aha. Aha, aha. 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 Oh, aha, 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 aha. Okay, ich muss das ein bisschen leiser machen. Es ballert mir ein bisschen die Ohren weg gerade. Okay, wenn ich fünf Wölfe gekillt habe, bekomme ich Punkte dafür. I get it. Ist schon okay. Ich glaube, das verstehe ich. So. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ito, danke für den Sub. Ich finde das so cool, dass die Fae aus Xenogears in dieses Spiel mit reingepackt haben. Nice. Okay. Äh, Harmonie, Wachstum, Talent, Angriffskraft plus. Okay. Das ist also die Art und Weise, wie ich meine Charaktere weiterentwickele in diesem Spiel. Aufregend. Aufregend. Junge, hier passiert so viel mit irgendwelchen Menüs und Icons und Pop-Ups und Holy Shit, Junge. Ja. 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 Krass. Ja. 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 Jetzt möchte ich zumindest, dass dieses Icon über den Köpfen der Dudes verschwindet. Obwohl, ja, das tut's gar nicht, oder? Das zeigt mir nur an, dass ich da alles jetzt gemacht habe, oder? Genau, okay, das ist cool. Das heißt dann aber, wenn ich jetzt gegen den Duda kämpfe... Imagine getting your face hurt, Alter. Damn. Oh hey, ich bin gestorben. Äh, warte, wiegen wir das nochmal? Okay, vielleicht sollte ich das noch nicht machen. Ich hab den Xenoblade 3 DLC noch nicht gespielt. Ich hatte halt keine Zeit, so. Ich hab vorher Breath of the Wild durchgegrindet. Dann kam Tears of the Kingdom raus. Und dann kam Final Fantasy 16 raus. Und da war Xenoblade 3 leider einfach raus, so. Wenn sie meinen, ihr Spiel innerhalb von zwei Tagen releasen zu müssen, haben sie einfach Pech gehabt, so. Oh. Hahaha. Alright. This would be a good place for a rest. Night has caught up with us. We had better make haste setting up camp. Night has caught up with us. Naio! Grandad! Mathew. Grandad! Take care of. Nihal, der Zukunft. Grandad! Es ist in deinem Haus, Matthew. Es ist in deinem Haus, Matthew. Es ist in deinem Haus. 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 Ah. Oh ha What I worry Grandad and I did a lot of camping out back when I was a kid. I mean It don't bother me What's that signal ping from a city iris Come on Hey Gunny, danke für den Sub. Final Fantasy 16 fand ich ganz cool. Und mir geht's gut Hier so einen krieg ich doch aber wohl erledigt, oder? Nachi, don't break formation Nice That takes care of that I could have done that one handy All right, give me your best shot Unerrorly bold, Nachi Revolt, Apagat Crossrail Lightfeel Oh Oh Right That takes care of that Tadaa One handed One handed It would be unwise to turn our back on them Let's give them a licking they won't do forget Neil Meisty strength He's got a little light Revolt, Apagat Come on Wenn ich mehr Dudes in der Party habe Wenn ich mehr Dudes in der Party habe Wenn ich mehr Dudes in der Party habe Okay Ah, okay Let's go Entschuldigung, das ist meine Schuld. Wenn ich dich aufzunehmen könnte, wir haben es geschafft. Es ist nicht deine Schuld, Lea. Ich sollte nicht sein, wie ein Diff. Wir könnten dir helfen, Freund. Entschuldigung. Ich will nur nochmal anmerken, wie nach Final Fantasy 16 das Map-Design von Xenoblade halt übelst erfrischend ist. Ein Sack Ein Sack Halt die Position! Oh, es ist Best Girl! Sie gewinnt bereits! Sie sind alle? Die righte Flanke ist ziemlich gut. Nur was übrig ist die Feronis in der Rückseite. Genau. Zurück zur Hauptunitie, dann... Krevesi? Es ist ein Miracum, dass es nur noch übrig ist. Was ist mit ihm? Warum ist er unvergültig? Nicht nur ein Blatt oder nichts. Look at his little face! Ja. 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 Das Spiel ist hübsch. Aber es auf dem OLED zu spielen, tut dem Spiel kein Gefallen. Du siehst halt jedes Hochskalier-Artefakt. Ja. 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 Oh! Wir, wir nehmen das eine. Wie? So lange wir die Flanken behalten, die Kolonien werden. New Armament. Alles war wie planned. Und jetzt ist die Tür. Shut up! Flippin' close, One. I thought you said you knew the drill. Hold back. It looks to be a feud between colonies anyway. Over there. Is it just those two left? No one else? No one. Mutual destruction. The battle has already come and gone. Then why are they still fighting? It's just who they are. Nothing for us to get involved with. Pull back. Mobius will notice. Oh, come on! Matthew! Who are you? I'm not just gonna stand aside. They're only kids. I'll put an end to it. I have to. Mobius are always present for the aftermath. Then that Mobius is getting a sucking. Both of them? Then I'll make it a twofer. Oh. Oh. To hell with it. All right. Break it off. The hell are you two playing at? You wanna scrap? You scrap with me! You scrap with me! You scrap with me! I told you to cut it out! Ha 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 ha! Yeah! And you! A staucht Ha ha A ha 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 ha! Ge için Gece 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 Zeit, einfach Kinder zu verprügeln. Äh, okay. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Ich habe vergessen, wie das funktioniert, aber ich weiß es wieder. Aber nein, ich habe nicht ein Wort gelesen, von dem es da stand. Das müsste dann ja bei ihr auch funktionieren, oder? Huh? Sick. This is the move, to give up now. Work. Mega gut. Ha ha. Ha ha. Was? Was bist du, Goon? Ich dachte, dass du nie immer fragen kannst. Ich bin Matthew, aus der Stadt. Und das ist A. Stadt? Huh? Huh? Ich denke, dass du dich wohl denken würden, dass wir uns als Enemies denken. Aber wir sind deine Alli-Alleis. In a sense. Oh, Alli-Alleis? Our real Enemies... ... ist nicht uns. Huh? Daher. Right on cue. Nice of our real Enemies to drop by. Just sit tight while we take care of them I Trust me on this one Hey now, what do you think you're giving the show was just getting good And you fully screwed up our wager to boot Oh, sorry, did I spoil your fun? You really are a bunch of sickos, you lot. He doesn't seem like a soldier. Who are you? Ha! My iris. Check it and weep. What enough? Or a boss? A city refugee. Mobius Hunter? Mobius Hunter? You what? Wait, is that what they call us these days? No idea. I don't recall hunting any. Just cleaning up the mess you always end up making, bailing you out of trouble. Exactly. Okay, anyway. Those two kids over there, they're in our custody now. Custody, you say? You sound like you think you can take us on! This mighty pairing of Mobius Kew and I! Obviously. After all, gotta live up to our new nickname. Talk it, talk it. Talk it, talk to us. The humans must be really expressing the bottom of the... Jetzt muss ich direkt an dieses YouTube-Video mit den Katzen denken. Ich will einfach dieses Lied mit diesem Mund-Dings-Klumps nachsingen. Mega gut. Liebe ich. Ah, verdammt, ich dachte, es wäre aufgeladen. Such halt nach Mobius-Theme, keine Ahnung, Kat. So, dann wird das auftauchen. Bestes Video auf YouTube. Shit, das war doof. Egal. Okay, los geht's. Das ist blind. Ich habe das noch nie gespielt. Halt, die mussten es ja unbedingt so fünf Minuten vor Tears of the Kingdom releasen. Und da hatte ich einfach keine Zeit dafür. Und dann kam halt Final Fantasy XVI raus und ich hatte wieder keine Zeit dafür. Sie hätten es halt auch einfach smart machen können. Das ist einfach so, jetzt um diese Zeit releasen. Nachdem alle mit Final Fantasy XVI durch sind, so. Aber nein, Nintendo got a Nintendo. No. We just gotta smash the core and the job's a goodin. Glimmer, my beloved soldier. He isn't paying attention to you. It's your chance to strike. On my mother. Attack. Hmm. Whoa, easy now. There's no need to fight me. That's right, you play your little game of time. We'll just pop back home. And once we hear that, we'll... Ha ha ha. Work, bitch. Such duplicity is beneath me. Snaps in the back. What a dirty blue. Ich find's voll gut, wie sie mega geübt im Umgang mit dem Xenoblade ist. Hey, zu dir! Way ahead of you. Ha ha ha! Okay, sie ist schon ein bisschen cool. I gotta admit, so. Sie ist schon... Sie ist schon ein bisschen nice. Ein bisschen Skill hat sie. Ha ha ha! Just one thing after another, innit? I'm sure you're feeling pleased with yourself. But I wish you'd spray a thought for me as well. You realize, all this takes a toll on me. I know, I know. Yes! Voll gut! Stop running, you coward! Phenomenal. There we go. What I tell you, one of us should have watched them. You also told me you wanted us to secure as much food as possible. Oh, ideas? Oh, very well. I'll handle it. Ha ha ha! Ha ha ha! Right, time out! That'll be enough out of you two. Your fighting days are over. What? The Mobius, or... I guess you'd call them the consoles, right? Well, they're dust in the wind. The flame clocks are in pieces. And your iris clocks, they're gone, aren't they? You're done. No need to fight anymore. No need to take life. Or fear its loss. You're not serious. Give it a couple of days for it to sink in. Your life stopped draining. And that means you don't have to fight. All you're gonna need now is a bite to eat. I thought, he'll just throw it into the fire and let it burn. Ha ha ha! Go on. Wow, aren't we stubborn? It's your loss. Why did you do that? Huh? I was so close. I was so close to finally coming home! I'm not sure I follow. My offering! I was going to give my life! For my comrades killed by this filth! If I could just make it home, it would mean something! That... That's the only thing I've ever wanted! To fight! To come home! And you... You took it. Ha ha ha! This fight of yours... Who was it that forced it upon you? Ha ha ha! Think about it. You have all the pieces. Nicole and... Glimmer, right? You're both starving. Can't think straight on an empty tum. Eh? Oh, die Musik ist voll schön! Ich hab vergessen, was Xenoblade 3 für einen guten Soundtrack hatte. Michalak, Dude. promote you! Ra. Take care! Das sind eurem Vorsitz. Zeh,怎么? Do you still die? Untertitelung des ZDF für funk, 2017